Herzlich willkommen auf HEMME TV. Ja, heute wird wieder gekocht, aber vorab erstmal ein herzliches Dankeschön an Justin Löbering. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Er hat mein letztes Eis nachgemacht und es hat ihm sehr gut geschmeckt, wie er geschrieben hat in den Kommentaren. Also, wenn ihr auch mal sowas nachmacht oder irgendwelche Wünsche habt, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare rein. Ich lese alles, was ihr unten reinschreibt und ich sage auch alles dann im nächsten Video, was ihr so geschrieben habt. Ihr könnt auch jemanden grüßen, wenn ihr wollt, wenn ihr auch nur eure Oma grüßt, Onkel, Opa oder sonst irgendwas. Ja, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, dann werde ich das im nächsten Video sagen. So, das war erstmal dieses. Dann habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht. Ich fange mit der schlechten an. Am 3. August ist erst mal mein, vorerst mein letztes Video. Ja, leider. Aber nicht für lange. Mitte September komme ich wieder. Ich mache nur eine kleine Sommerpause. Warum? Ganz einfach. Ab August ist in ganz Deutschland Sommerferien. Das heißt, es sind wenige Leute da. Aber ich möchte viele Leute erreichen mit meinen Videos. Und deshalb mache ich eine vier bis fünfwöchige Pause. Aber ich selber mache keine Pause. Ich suche neue Rezepte für euch raus und die präsentiere ich euch dann nach der Sommerpause. Aber es kommen noch ein paar Videos vor der Sonderpause. Also keine Angst. Ja. Es werden auch noch mal Eisvideos gemacht im nächsten Monat. Zwei Stück. Wie immer. So, nun noch eins vorab. Im Oktober mache ich meine letzten zwei Eis. Das heißt, ihr könnt euch schon mal Gedanken machen. Welches Eis wollt ihr oder welche zwei Eis wollt ihr noch mal sehen. Und die werde ich dann machen. Also die meistgenanntesten Eis werde ich noch mal machen. Also schaut die Eisvideos an. Und wenn euch eins besonders gut gefällt, schreibt das unten in die Kommentare rein. Dann werde ich die dann wieder kochen. Dann legt das zwar noch ein bisschen vorweg, aber ich werde es trotzdem noch mal kurz erwähnen. Oder wird es dann auch noch mal nach den Sommerferien auch noch mal erwähnen. Es gibt ein Weihnachtsspezial. Und an diesem Weihnachtsspezial werde ich das Hauptgericht kochen, was ihr raussucht. Das heißt, von den ganzen Rezepten, Kochrezepten, wo ich jetzt gekocht habe, könnt ihr eins raussuchen. Das, was am meisten genanntesten ist, oder wenn drei, vier am meisten genannt wird, dann werde ich eins raussuchen. Wenn aber eins speziell von euch gemilcht wird, sag ich mal zehnfach, dann werde ich dieses Gericht an Weihnachten kochen. Ihr dürft es aussuchen und dann werde ich es kochen. So, erstmal das. Am 3. August kommt ein Video aus Stuttgart. Ja, aber ich sage jetzt nicht was für ein Video. Ich sage nur so viel, es wird ein super Video und das ist meine Überraschung für euch. Deswegen, schaut am 3. August rein. Es lohnt sich für euch. So, und dann gibt es am Dienstag ein Video Spezial von mir. So, so viel vorweg. Ich gehe zum Friseur. Also, schaut am Dienstagabend, sag mal so ab 19 Uhr immer wieder rein und guckt nach diesem Video. So, und dann könnt ihr mal sagen, was schöner war. Das jetzt oder das hinterher. Ja, soviel dazu. So, was koche ich heute? Jetzt zu heute. Ich koche heute Rindsroulaten mit Apfelrotkraut und Kartoffelpüree. Ja. So, und dazu drehe ich jetzt die Kamera wieder rüber zum Herd, weil ich habe alles schon vorbereitet. Es geht drüben auf dem Herd weiter und dann sage ich bis gleich. Ja, meine Lieben, jetzt ist es schon noch leer. Da kommt jetzt gleich mal ein Topf oben drauf. So, da habe ich schon mal Zwiebeln drin. Da gebe ich jetzt noch ein Stück Butter rein und dann gebe ich da die Rindsroulaten rein. So, ein Stück Butter. Also, ihr könnt ruhig auch mal Rezepte unten rein schreiben in die Kommentare. Dann würde ich die Rezepte auch mal raussuchen und auch mal machen. Ja. Also, wenn euch mal ein Rezept nicht gelungen habt, ist, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare unten rein. Dann gucke ich mal danach. Und dann würde ich mal speziell dieses Rezept machen. Ja. Und jeder, der da was rein schreibt unten, der wird auch erwähnt. Also kein Thema. So. Jetzt erstmal zu dem Video wieder. Hier habe ich Zwiebeln drin. Die tue ich anrösen. Die habe ich in solche Stücke geschnitten. Und die gehen nachher in der Soße, dann sind die nachher ganz, ganz weich. So, und da kommt jetzt die Rindsroulaten rein. Also, die Rindsroulaten sind schon fertig gemacht. Die brauche ich bloß noch anbraten. So, die Rindsroulaten, die werden jetzt an allen Seiten angebraten. Die kommen dann nachher auch wieder raus, wenn sie fertig sind mit dem Anbraten. Mal dann da richtig die Soße ansetzen. Und dann kommen die nachher wieder, wie die Soße angesetzt habe, in die Soße wieder mit rein. So. Auch mal, ne. So. Also ich melde mich jetzt danach nochmal, wenn ich mit der Soße weitermache. Also bis gleich. So. Mittlerweile habe ich hier hinten schön das Rotkraut noch hingestellt. Übrigens, das Rotkraut, das habe ich jetzt nicht selber gemacht. Das habe ich aus dem Glas. Weil ein ganzer Rotkraut im Kopf ist mir zu viel und da meine Nachbarin gerade im Moment keinen Platz hat, in den Gefriertruppe, kann ich auch da so Sachen nicht eingefrieren. Dann kann ich auch Fleisch und so weiter eingefrieren. Und aus diesem Grunde das Rotkraut aus dem Glas. Aber es gibt auch verschiedene Metzger. Die bieten mittlerweile schon Rotkraut auch mit an. Also tischschötzig. Also wer sowas kaufen will, der kann auch sowas kaufen. So, da habe ich jetzt Gewürz erstmal reingemacht. Und jetzt mache ich hier noch ein bisschen Gemüsebrühe mit rein. Also Gemüsebrühe ist nichts anderes als das, was der Koch nimmt. Beziehungsweise aus dem Gemüsemarkt, wo er verkocht. Weil das Helle ist Fett, getrocknetes Fett und das andere ist halt das Gemüse, was man da sieht. Kann man das auch diese Weise machen. Dann gibt es auch Fleischbrühe und so weiter. Aber so Sachen wie von Fettbrühe oder so, da rate ich euch schon ab. Weil das ist nichts. Dann nehmt ihr lieber so Gemüsebrühe oder Fleischbrühe. Das ist besser. So, jetzt werde ich die Rindsrolaten rausnehmen und auf den Teller tun. Weil jetzt die Dose noch. Also wenn ihr die, wenn ihr die holt, die Körtchen. Die müsst ihr noch vorher zubinden. Ich habe das jetzt nicht zugebunden, weil ich es nicht wollte. Ich wollte das jetzt einfach so machen. Weil ich es nicht zu mag, wenn man es so zuwendet. Und ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht. Also es gibt auch Sachen, die ich nicht kann. So, jetzt tue ich hier einfach noch die Zwiebeln etwas anrösten. So, und derzeit. Dann das mal auf klein auf Nammel. Alles geschehen. Und jetzt werde ich das Ganze nutzen. So. Ihr könnt auch Paprika rein geben. Was ihr mögt. In die Soße. Das macht überhaupt nichts aus. So. Das Ganze wird jetzt nochmal so angebraten. So. Und dann wird das Ganze jetzt mit Wein abgelöscht. Übrigens Zwiebel und Knoblauch ist jetzt, äh, und die Gewürze. Da ist auch Knoblauchpulver mit drin. Äh. Ist mein, mein Geschmacksträger, ne. Mein Gewürz. So. Und jetzt gebe ich. So was für den Geschmack dazu. Nämlich einen schönen, leckeren Weißwein. Ihr könnt aber auch einen roten nehmen. Ihr könnt Bier nehmen. Ihr könnt Morscht nehmen. Wer was Edles machen will, der kann auch Champagner nehmen. Das geht alles, ne. Wenn ihr von der letzten Party noch einen Sekt übrig habt. Und an dieser Stelle über mein Video. Kevin Rieger. Alles Gute nochmal. Zu deinem Geburtstag. Ja. Er hat am Freitag einen Geburtstag gehabt. 22 Jahre ist der Buch angekommen. Kevin. Alles Gute, was du siehst. Nochmal alles Gute von mir. Über meinen YouTube-Kanal bist du herzlich gegrüßt. Wenn du lange gesund bleibst. Und dass du immer noch einen Job hast. Ja. Das ist ja in der heutigen Zeit schwer. Ja. So. Und falls ihr es nicht seht, kann einer, wo Kevin Rieger kennt. Ich habe mal einen Wiesensteig gewohnt. Wohnt jetzt in Münzingen. Kann es ihm ja ausrichten. Der Kevin hat ja einen riesen Bekanntenkreis. Durch die Fastnet und so weiter. Also kann ich mal einen ausrichten, dass ich ihn gegrüßt habe. Über meinen YouTube-Kanal. Diesen Wege möchte ja auch mal alle. Wohnt der Fastnet rumlaufen. Grüßen. Wird ja auch gern wieder mitmachen. Aber so eine Umzugstrecke von 4 bis 6 Kilometer halte ich leider nicht durch. Aber ich grüße natürlich alle. Was nicht so rein. Besonders hier Kirschrauen, Lenningen und so weiter ab. Ja. Ein Rathaussturm in Oberlenningen werde ich dieses Jahr filmen. Mit dabei sein. Also wer mich da sehen will. in Oberlenningen Rathaussturm. Von der Lenninger Hexen. Einfach kommen. Ja. Da haben wir einen super DJ. Da. Also. Kann ich euch nur empfehlen. So. Jetzt gebe ich hier Wasser rein. Ah. Wenn ihr das riechen könnt. Hier würde ich es ausfüllen. So. Jetzt mache ich eine schöne Pause. Weil ich muss ja nicht schäumen können. So. Da bin ich auch schon wieder. So. Da kommt jetzt eine halbe Liter Wasser rein. Und jetzt noch ein bisschen mit der Lenning. Und dann Two. Dann geht das Wasser rein. Und dann geht das Wasser rein. Und dann geht das Wasser rein. Und dann geht das Wasser rein. Das war's für heute. 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 Der will nix mehr anders essen hinterher. Probiert's einfach aus. Macht es einmal. Hier wird's begeistert sein. So. Dann tue ich jetzt hier das Soßenpulver an. Und wenn das jetzt nicht ganz reicht, also ich denke mal, zwei Packungen muss ich auf jeden Fall noch reinmachen. So. 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 Dann melde ich mich nachher. Wieder wenn die Soße fertig ist. Beziehungsweise wenn ich dann die Kartoffeln aufsetze, ne. Beziehungsweise wenn die Kartoffeln fertig sind, melde ich mich dann wieder. Gell. Also bis nachher. So meine Lieben. Hier habe ich jetzt meine Kartoffeln. Und hier habe ich ein Stampfer, die würde ich jetzt einfach stampfen. Ein bisschen vorstampfen. Und dann würde ich Milch dazugeben. Ein Stück Butter dazugeben. Daher könnte ich mir die Arbeit auch einfacher machen. Dann einfache. Ein Kartoffelpüree nehmen aus der Packung. Aber ehrlich gesagt da habe ich gar keine Nust. Weil dann weiß ich auch was drin ist. So und jetzt gebe ich auch mal einen Schuss Milch rein. In dem Fall nehme ich hier Laktosefreie Milch. So. Mit Milch ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ihr es dicker haben wollt, dann gibt es weniger Milch rein und wenn es halt ein bisschen dünner werden soll, wie ein richtiger Brei, dann gibt es einfach ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, reingeben kann man immer Milch, bloß hinterher rausholen kann man keine mehr. So und den Kartoffelpüree, den ihr jetzt hier macht, der reicht gerade für eine Portion. So. Jetzt gebe ich hier noch ein Stück Butter rein. Die Milch, so ich das schon kapiert schon. Zwischen einmal ein Rotkraut umrühren, weil das habe ich mittlerweile noch mal aufgerufen. Den Herd gestellt, zum noch mal warm machen. So. Dann gebe ich dazu Muskatnuss. Lasse. 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 Jetzt habe ich gerade mein Deckel verabschiedet. Aber der hält Gott sei Dank. Und da mag ich Muskatnuss. So, dann gebe ich noch ein bisschen rein Salz. Jetzt war auch schon Salz drin, aber ein bisschen Salz schadet nie. und jetzt muss man das Ganze mit dem Schneebesen noch logischerweise verrühren, wie den in der Tüte auch und wenn eine Frau dazu keine Kraft hat dann einfach die Kinder machen lassen weil die brauchen manchmal ein bisschen Aggressionsabbau und da ist sowas wie Kartoffelpüree rühren gehaltschaft so und das war es der Kartoffelpüree so jetzt nenne ich mich gleich wieder wenn ich angerichtet habe bis gleich so meine Lieben das wäre jetzt Kartoffelpüree mit Rotkraut und Roulade also Rinds-Roulade also stehe die Kamera kurz hoch zum Verabschließen so wenn dir dieses Video gefallen hat dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da wenn du Wünsche, Kritik hast, jemand grüßen willst Rezeptwünsche hast oder Vorschläge hast zum Beispiel für Eis oder so alles bitte unten in die Kommentare rein wer neu auf meinen Kanal gestoßen ist hier unten kann man jederzeit kostenlos abonnieren und hier rechts drüben gibt es ein Glöckchen wenn man das anglickt wird man jederzeit benachrichtigt wenn ich ein neues Video hochlade und das ist in der letzten Zeit sehr häufig dass ich eins hochlade ja ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und zu hören und bitte schickt das Video bitte per WhatsApp an alle die ihr kennt weiter dass wirklich ein Haufen Leute meine Videos sehen und dann sage ich jetzt Tschüss und bis bald auf Hemmel TV Ciao